Anne schreibt damals in ihr Tagebuch, dass sie in mehrere Teile zerfällt. Dass sie nicht mehr weiß, wer sie eigentlich ist. Da ist Anne mit Lautsprache, aber eine Hörende ist sie nicht. Dort sind die Tauben, mit denen sie aber keine gemeinsame Geschichte hat. Aufgrund ihrer Erziehung fehlen ihr diese Wurzeln in der Gehörlosen-Community. Natürlich will ich auch nicht alles nur darauf schieben, aber mir geht es eigentlich mehr um dieses individuelle Persönlichkeitsentfaltung, das, was mich ausmacht. Ich meine, Erziehung ist das eine, aber du bist ja dann irgendwann alleine und musst erwachsen werden. Und dieses Erwachsenwerden hat mir so viele Probleme bereitet, weil ich nie richtig aufgeklärt wurde über meine Rechte, über das, was ich eigentlich machen möchte oder was mir gut tut oder wie ich leben möchte. Ich meine, Erziehung ist das eine Zahnreffende, die wir hier in der Gäste zeigen, wird das eine Zahnreffende, das ist vielmehrig.